Come on! Applaus, bitte! Jetzt ist es wieder soweit, heute ist Valentinstag. Ich bin so froh, weißt ihr? Ich bin schon ganz aufgeregt, was mir Preußen schenken wird. Schokolade, Frutinen oder sonst etwas. Aber bloß nicht mit dem hier kann ich nichts anfangen. Und voriges Jahr hat er mir sowas geschenkt. Ich meine, hallo? Er hat gesagt, ja? Du, Schatz, ich hab was für mein Dienstag für dich. Wir könnten ein bisschen, naja... Ich meine, hallo? Ich meine, was habt ihr damit vor? Das ist doch kein Walddienstgeschenk. Ja, also... Ich persönlich, Walddienstag, naja... Muss nicht unbedingt sein. Es ist nur Belastung für Doschen und... Das Geld reicht einfach nicht. Es ist kein Auffang angeschafft. Es ist kein Auffang angeschafft. Es ist durchgehend... Super! Durchgehend Schokolade. Ich meine, wir waren Weihnachten in Knurper. Am Rissband frisst's durchgehend die Schokolade. Und ich schenke ihm wenigstens was Sinnvolles. Das macht Sinn. Das macht... Das macht Spaß. Das war's. Ja... Und... Nationalitätsstulz gehört dazu. Ich meine... Flaggen... Sind schon was? Ich meine... Sie haben mir das Truppen da geschenkt. Ich meine... Rüschen! Rosa! 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 Ja... Ja, das hab ich mir auch gedacht. Genau das! Ich meine... Das war's! Das war's! Es ist... Es macht Sinn. Es schaut aus wie ein Penis. Und es ist geil. Ja? Also... Bitte! Was? Du bist... Du bist so ein Arschloch! Aber echt, ja? Ich schenk dir was, ja? Und du fangst an... Das ist nicht sinnvoll! Es sieht nicht mal schön aus! Es ist... Hart! Das... Du... Walddienstag ist was wunderschönes, ja? Äh... Sicher! Und wenn du Walddienstag nicht magst, dann kannst du dir das aufgehalten! Und... Warte! Drei Stunden später... Das hier ist kein Walddienstaggeschenk! Was hattest du damit vor? Willst du das wirklich wissen? Ja... Ja... Okay... Das ist ein Lachen... Das ist ein Lachen... Das ist ein Lachen... Das ist ein Lachen... Behalte es! Aha... Sagen wir sie das sicher? Ja... 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 Lass das jetzt! Sind sie das sicher? Ja... Ganz sicher? Ja... Mein Dienstag gehört sowas nicht! Ja... Also... Ich bin sehr böse auf dich! Ja... Ich bin sehr böse auf dich! Oh... Echt? Oh... Ich mein... Was soll dir der Frau schenken? Was? Was muss ich? Und? Ich verstehe es nicht! Ich verstehe es nicht! Ich verstehe es nicht! Was man... Worüber du dich aufweckst! Dieses Ding gib es runter! Ich meine es nicht! Dieses Ding ist zufällig... Hart! Hart! Wir wissen's! Wie kann ich dir das noch gut machen? Ich hab jemanden gepasst... Hallo! Nein! Nein! Awww! Schatz! Versöhn! Na gut! Awww! Und? Awww! Und deinen... Umharrergonnern kannst du trotzdem für mich... Okay... Den nehm ich weg! Dann kriegst du doch... Ja, der wirkt mich nicht! Awww! 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 Vielen Dank.